Ja, hallo, wir sind jetzt zurück. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil wir eine Person mehr an Skype haben. Und zwar die schlechtere Hälfte von SkiCraft.at. Ja, ich... Glück auf und herzlich willkommen bei einer Runde Music Blogs. Music Blogs? Nein. Nein, es heißt Music Blogs. Und ja, es heißt Dancer Cards. Der Delf-Akabel. Nein, es ist halt ein Musical. Ja, ist mir doch egal. Judo-Hashtag-Zwag, weißt du doch. Mal gucken, ob ich jetzt besser abschneide. Ja, wir spielen mit der besseren Hälfte von SkiCraft HD. Ist das immer die bessere Hälfte? Egal, der von beiden sitzt. Nein, bei Jonas sage ich immer die schlechtere Hälfte. Aber ich habe noch nicht mit Jonas alleine aufgenommen. Darum habe ich das bis jetzt noch nicht gesagt. Also, da meintest du, du würdest es sagen. Ja, ich würde das. Einfach nur als Ausrede jetzt, weil du mich zuleiten wolltest. Das ist sweet von dir. Das ist sweet von dir. Magenta war das hellere, gell? Ich kann es einfach nicht merken. Mann, ich sagst du es immer dauernd. Ja, ich sei... Immer dauernd. Ich weiß, ich weiß. Bei mir wurden jetzt mal die 100 Punkte, die ich gespeichert. Ha, ha. Brau. Kack, brau. Ja, jetzt sind wir alle auf dem Kackstift. Hey, guck mal, ich geh mal vor. Ich genau da drehst du dich um. Was kommt jetzt? Wieder braun. Ja, ja. Dieser Sound ist ziemlich freier. Der kann gestreifen. Ich guck. Na ja, auf jeden Fall. Wir sollten mal den Spielmodus erklären. Der ist eigentlich schnell erklärt. Man votet für ein Lied. Das Lied kommt dann dran und dann muss man halt Reise nach Jerusalem spielen. Ja, genau. Für den... Ah, für uns, der Forever Alone. Ja, ich bin Forever Alone. Reise nach Jerusalem, da kann man das ja besetzen. Reise nach Jerusalem 2.0. Also, erstmal muss man einen Brawl-Sonic öffnen, da spielt er sich. Ja, na ja, das zählt nicht. Nach einer kurzen Wartezeit wird eine Fabi, dieser Orkt, die man dann auch Inventar hat. Ja, und die steht dann halt oben in der Leiste und die hat man im Inventar und auf die muss man dann drauf. Und alle anderen Farben verschwinden dann. In einer kurzen Zeit. Kackstifter, wo sind die Kackstifter? Das sind Kackpunkte, ne? Kackflecken. Hast du Kackflecken in der Hose? Orange. Orange? Ist das doch orange? Ja, alter, Digger. Oh, Jonas ist auch los. Ich lade ihn trotzdem nicht rein. Er kommt jetzt aber nicht mit. Nein, nein. Ich bin tot. Oh, Leute, ich bin alle tot. Keiner hat gewonnen, keiner hat gewonnen, Alter. G, G, keiner hat gewonnen. Wir sind einfach die Skillkraft, hatte er auch noch mal runter machen und einfach mit Jonas. Können wir eigentlich machen, aber er ist doch eh dann in Skype jedes Mal nicht da. Okay, dann sagen wir ja bis gleich. Ja, wir machen jetzt noch eine hinten dran, würde ich mal meinen. Und, warte, warte, warte. Nein, hier seht ihr mal die Lobby, auch wenn es jetzt laggt. Sie besteht aus Glas. Und jetzt, tschüss, bis gleich, bis zur nächsten Folge und ja, ciao. Ja, hallo, wir sind jetzt zurück. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil wir eine Person mehr an Skype haben. Und zwar die schlechtere Hälfte von Skillcraft.at. Ja, ich kann noch wieder gehen. Ja, da geht doch. De-abonniert alle Thomas. Nein, genau das. Das ist hier meine Folge, ja, du hast dir nicht zu sagen, was ich tun soll. De-abonniert alles, ge-crafted. Doch, keine. Okay, obwohl, obwohl Tobi ist dabei, das wäre unfair. Ja, ja, der abonniert alle Yonda 333. Auch wenn er keinen eigenen Kanal hat, macht es trotzdem. Warum sag ich mal Yon, dann? Auch wenn er keinen eigenen Kanal hat, macht es trotzdem. Ich wollte es bekommen. Ich schaffe es nicht mehr. Doch, ich habe es noch. Ich hatte es. Ich habe es noch geschafft. Alter, ich bin gerade so voll überzeugt von mir, weil ich das gerade noch geschafft habe. Das sind die 111 Punkte, Junge. Digger, ich habe 177. Schön, wir sind nur noch zu dritt, gell. Alter, geil. Ist ja jetzt weg. Ist es jetzt wirklich weg? Nein. Ja, ich. Ja, du. Ja. Okay, gut. Ja, bin ich. Das finde ich positiv. Ja. Too much light in the... Die wissen, das ist eigentlich kein Copyrighted Song. Pink, weil das ein Remix ist. Ah, nein, stimmt. Das ist ein Remix. Ich weiß schon. Ich hoffe, du verstehst. Oh, das Po war... Nö, ich will aber nicht. Ich hasse... Ich lerne mal weiter. Ich hasse Power-Ups. I.O. meinst du? Ja. Ja, viel Spaß. Ich weiß gar nicht, was du dafür mit dem Lernen sollst. Bis heute Abend. Ich frage mir einfach alles raus. Bis heute Abend. Ciao. 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 Ich bin gehäutet. Wenn ich sage gehäutet, dann heißt es gehäutet. Ah, er stirbt. Nein. Mann, ich war so überzeugt, dass er stirbt. Mann, ich will mal in der Aufnahme gewinnen. Ich habe bis jetzt erst eine Runde gewonnen von gefühlten 100. Auch wenn es... Man sieht das ja nicht. Ja, auch wenn es erst 52 Runden waren, es waren gefühlte 100. Also, du hast nur doppelt so viel gespielt wie ich. Ja, ich weiß, weil ich es kann. Skiller, Skillkraft HD. Aber du hast trotzdem nicht doppelt so viele Punkte wie ich. Tja, nein! Der hat auch noch gewonnen! Ja, der ist viel später... Oh, man! Scheiß, Alter. Jetzt habt ihr gesehen, wie man nicht gewinnt. In der nächsten Runde seht ihr vielleicht, wie man gewinnt. Ja, ganz gut. Bis gleich. Ja, hier sind wir zurück. Glück auf! Nein, nein, nein. Das sagt mir nur am Anfang der Folge. Auf jeden Fall sind wir hier zurück. Oder was, der passt auf im Berg oder wie war das noch? Was? Verletzt euch nicht im Berg? Verletzt euch nicht im Berg, genau. Ist doch logisch. Das sagt man aber erst am Ende. Auf jeden Fall, die schlechtere Hälfte auf dem Skillcraft HD ist ja jetzt endlich weg. Haben wir das nicht schon in eben der Folge bemerkt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich... Ja, ist ja auch egal. Es ist schon einer gestorben, GG. Scheiß, wo ist Ian? Da ganz in der Ecke. Alter. Schön. In der Ecke? Was laberst du von der Hütte auch? Nein, ich bin in der Ecke. Guck, ich bin Falle alone mit noch einem Typen. Nein, bist du gar nicht. Es gibt zwei Falle alone, aber du bist so zweit, ja? Nein, ich will das Popo aufhaben. Silber, Silber, Silber. Geil! Alter, das Power Up steht da, you gained, save me. Und da deutlich hast du einen Kompass bekommen. Und der Kompass zeigt dir jetzt immer, welche Blöcke man braucht. Ja, aber nur einmal geschehen. Nein. Die ganze Zeit. Der ist jetzt... Ich habe den immer noch im Inventar. Ja, warte. Welche immer noch? Ja, ich habe ihn immer noch. Cheater, Alter. Thomas, teach it. Er zeigt mir immer die an, die am nächsten von meinem momentanen Standpunkt sind. Das ist übrigens geil. Cheater, Cheater. Ich würde einfach immer den Kompass folgen, dann. Ja. Der Kompass hat mir jetzt dahin gezeigt, wo du stehst, und ich bin Falle alone. Kannst du wenigstens eine abschleppen. Und, wo bist du? Ah, du lebst auch noch. Ah, dem würde ich nicht abschleppen. Hallo. Schlepp mich nicht ab. Jawohl. Boah, ich habe gerade Angst, dass das hier Magenta ist und das da hinten nur Purple ist. Jawohl. Aber kann das nicht sein, weil du hier bist. Es war zweites Purple. Es war zweites Purple. Dass du das gehört hast. Ja, hab ich. Alter, Digga. Vor allem, weil du es wiederholt hast. Ja, es war zweites Purple. Oh, wo es Weiß. Ich stehe schon auf Weiß. Geh weg. Geh raus aus mir. Geh raus aus mir. Das finde ich voll nicht okay. Wow. Will ich nicht runterfahren. Ich bin gesprungen, Alter. Ich bin gesprungen. Stell dir das mal vor, wie das mit dem Springen ist, Alter. Nein. Nein. Nein, nicht aufnehmen. Nein. Ich glaube, ich kann euch doch nicht zeigen, wie man gewinnt. Das war richtig schlecht. Ein Abschluss. Ja, das war ein ehrenloser Abschluss für diese Runde. Nein. Komm, eine müssen wir noch machen. Wenn ich da einigermaßen gut bin, habe ich dann viermal so viele Punkte, wie ich Runden habe. Komm, eine noch. Okay, eine noch. Okay, also, Leute, wir machen jetzt noch eine. Warte, um Thomas noch ein bisschen Ärger zu machen, sage ich jetzt, du musst jetzt perfekt schneiden, damit wir jetzt machen. Und, dann sage ich halt gleich, weiter geht. Also, warte, das kommt jetzt. Und. Ich muss jetzt einfach nur die ganze Zeit auf dich warten und, was? Okay, gut. Also, bis gleich. Nee, ist Harlem Break, Dover, Young Punks. Weiter geht es. Ich habe schon längst wieder begonnen gehabt. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich es dann schneiden kann. Das ist okay. So, Siyan, 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 gut. Siyan, das heißt Siyan. Das ist Siyan. Nennt immer noch türkisch-blau. Aber bei mir im Farbkasten stand immer türkisch-blau. Ja, türkisch-blau. Wie ist geil? Ich vermisse irgendwie voll den Kompass. Ich habe einen Kompass. Ja, ich habe einen Kompass. Oh, geil. Das bedeutet, ich kann jetzt immer die hinterher. Ich kann jetzt einfach echt immer dahin, wo der Kompass mir zeigt. Also. Es geht da jetzt hier. Ich hätte es gedacht, wenn du gestorben hast. Hier geht es ja dann gerade darum, die vierfache Anzahl an Punkten zu bekommen. Nein, der zeigt dir nicht an, wo die Farbe ist, Thomas. Das ist wirklich ein Safe, wie das, wenn du den drückst, dann... Ach so. Ich habe den nicht gerade aus dem benutzt. Ach so, den musst du mal am Fallen benutzen, Alter. Ja, genau. LOL. Bei mir waren die Blöcke schon noch da. Er ist schon weg. Oh, was ist das Kacke. Ja, ja. Ja, ja, jetzt wieder rausreden, ja. Jetzt wieder rausreden. Ich weiß nicht, warum man nicht versteht im Endeffekt in der Aufnahme, aber YOLO-Hashtags weg. Aber jetzt wissen wir irgendwann, was der Kompass macht. Alter, ich brauche eiskalt noch 13 Punkte, äh, jetzt brauche ich noch 12 Punkte. Wenn ich jetzt noch 12 Punkte mache... Ich muss noch 12 Punkte machen, Alter. Ich glaube, so viele Punkte habe ich noch nie in einer Runde gemacht, wie ich hier in dieser Runde brauche. Oh, einen Punkt mehr und ich hätte genau viermal, äh, hier Punkte in My Games. Jetzt brauche ich noch 8. Oh, oh, oh. Warte, Thomas, du kannst es tun. Nein, kann ich nicht. Okay, das war jetzt ein Abschluss. Ja, das war jetzt ein... Das war jetzt... Warum, warum mussten die eigentlich nochmal unbedingt machen? Ja, weil ich eigentlich die drei, äh, vierfache Punktzahl machen wollte, wie ich Games habe. Tja, haben wir nicht geschafft? Das war jetzt ein, das war jetzt ein ehrenloser Abschluss, vielleicht in der nächsten Runde. Also beim nächsten Mal. Thomas hat ja auch kein Ziel mehr als du. Du hast du nicht. Assi. Assi. Ey, mach ich Foto durch Facebook. Ey. Na gut. Ja, jetzt hat ja auch jemand gewonnen, damit ist die Musik beendet, damit kann ich eine gute Abmoderation machen. Also, von daher, ich hoffe, euch hat, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Der abonniert's Geekraft HD, weil er scheiße ist. Und ja, bis zum nächsten Mal und verletzt euch nicht im Berg. Ciao. Willst du noch irgendwas sagen? Nein? Gut, tschüss.